Kannst du das mal austauschen? Ja, alright. Kono, OB. Ich glaube, die chillen draußen. Ey, Joschas ist nicht so gut. Und greifst da das Spülen, konntest du müssen halt spielen. Spiel dich. Ihr spielt gegen Kono und OB. Oh Gott, das ist richtig. Kono, OB. Ihr spielt gegen die Reiswalder. Hier da. Wir haben den Kino-Technik genommen. Wir haben den Kino-Technik genommen. Oh Gott. Ficking Kevin. Jetzt go. Ja, Mann, das ist doch nicht geil, Alter. Gegen Team Dang. Oh mein Gott. Dennis. Ich hätte das eigentlich gern uns streamen. Ich glaube, ich mach das. Wie steht das hier? Ja, wir machen das danach uns streamen. Okay, ich darf noch einen Spieler wählen. Oh, wow. Den gibt's ja nicht. Laki habe ich schwimmen, also gerne Laki. Beat, Josh. Ich meine, ich tendiere eher zu dem Spiel gerade. Nein, Tassi hat einen shit-record. Von wem würde ich nicht sehen. Tassi, Sean Wayne, das gewinnt er. Glaubst du? Ja. Das kann er eigentlich verlieren. Und du hast dann richtig Pech und Kick. Wen gibt's denn noch? Wie gibt's denn noch? Third. Third glaube ich nicht gerade. Äh, nicht als, also zumindest hier jetzt noch nicht. Wen gewinnen hatten wir noch gesagt? Oh, ich glaub voll an Third. Das ist jetzt nicht, also Baumwolle habe ich. Ich hab Baumwolle schon gehört. Gegen wen? Gegen Ripka. Und das Arsch. Da ist Upset-Potenzial. Echt? Ich sag schon. Oh. Potenzial, Potenzial. Aber ihr habt's nicht von mir. Ich bin nur der Black-Market-Dealer, der euch so paar Tipps gibt. Ich mach... Ich nehm... Warte mal. Ich nehm... Ich nehm Tavsi. Boah, Konsti, richtiger Player. Lass mich nachgucken. Ähm... Aber okay. Ich hab' den Griff geatmet. Ich hab' den Griff geatmet. Ich hab' den Griff geatmet. Ah, okay. Ich hab' den Griff geatmet. Weil ich jetzt Videos nehmen. Das ist Brisk E, aber ich nehm's. Hey, er hat schon Wayne im Break-It. Das ist halt machbar. Und der hat auch ein Liking-It. Das ist auch machbar. Ah ne, warte. Scheiße. Ich bleibe bei Tavsi. Warum? Weil, äh... Das trefft ja meine Leute auf dem Lager. Ah, ich sag das mal. Kevin ist dran. Ich war nämlich seit Wettmess. Die Kevin Carrington-Dubbles. Ich hab' den Griff geatmet. Ich hab' den Griff geatmet. Boah, krass. Er trifft schon. Wenn man euren Screech schaut, hört man alles. Geil. Ich ruhig. Das ist geil. Ja, ja. Ich hab' den Griff geatmet. Uuuuh. Achso. Dann mach' mal das Mikro bisschen. Bisschen leicht. Bisschen leicht. Was? Mach' mal das Mikro bisschen runter. Sorry. Runter. Was? Nicht übersteuern? Sorry. Das Mikro hier. Da. Ist das so schlimm oder wie? Ich hab' den Griff geatmet. 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 Weil das alles 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 aufgebaut hat. Weil wenn alle drum geschrien haben. Und das so Background-Malls. Ich hab' den Griff geatmet. Ja, okay. Das ist halt doof. Weil das alles so naheinander ist. Ich glaub' das geht halt glaub' ich nicht. Vielleicht müssen wir so eine Mini-Boost aufbauen. Ja, ja. Oho. Ich hab' den Griff geatmet. Ich hab' den Griff geatmet. Ich hab' den Griff geatmet. 1-0. Harkin. Is this special, Roy? Wieso ist das zu leise geworden? Sag' kurz. Ach so, dann mach' lauter. Ist es schlecht leise geworden? Wer ist denn übrig? Es gibt noch Henry. Es gibt noch Bietjosh. Äh. Boch Kage. Baumwolle. Nee, Bietjosh. Nee, ich wollte nicht. Nehm' Bietjosh oder Henry. Ja, Bietjosh. Dann bist du wahrscheinlich Henry, oder? Nein. Ist so gut, ist so gut. So hier. Äh. Henry muss gegen die Leiche und dann muss er gegen die Leiche. Ja, Digga, dann mach' mal wieder Laussagen. Es hat gepasst. Ja, dann mach' lauter. Das ist doch so. Das ist wieder okay. Welcher Fahnenbock? Ach, das war der Bietjosh. Der Bietjosh. Der Bietjosh. Wer hat dir gesagt, dass wir leiser machen? Die eine Hälfte von Bietjosh. Oh, Digga, du hast schon ein ganz gutes Team. Die eine Hälfte von Bietjosh. Ich hab' schon ein echt gutes Team, Alter. Jetzt haben wir... Warte, jetzt noch Amateur-Bracket. Ja. Ja, Gold... Geldjunge... Goldjunge. Goldjunge. Markus Goldjunge. Der Freimaurer. Ach so, ich muss eh gerade mal. Prinz von Baden. Der Rothschild. Rothschild. Ja, komm. Rothschild. Ich muss das kurz auf Challange machen, weil ich nicht weiß, was noch zu machen. Rothschild. Rothschild. Bob, dann noch. Mach' mal God-Mode an. Ich hab' dich in meinem Fantasy hier. Ey, Luca, treff' ich von hier? In die Mühltanne. Warum denkt auch, er hat God-Mode an? Ich stehle. Ich stehle. Treff' ich von hier in die Mühltanne? Gott. Ja. Ich spiel' nach dem Streamset hier. Oh! Ist reingangst! Oh! Ich... Es ist das erste Mal auf das Sweatshot dort gekommen, auf den Hoodie und dann runtergefallen. Was meint ihr denn das? Ist das ein Rebound oder was? Ja, also... Ja, also... Rebound! Ha? Ne, so'n... Kaugummi-Dings. Schreibern. Was? Schreibern. Der... Ja, das sind doubles ein bisschen doof. Aber... Das ist okay. Doubles ist ein bisschen doof. Ja, mein Kevin bums die, ne? Irfan, let's go! Boah! Er bums sein eigener Team-Mate! Was war das denn? Yeah! Er kennt sein Team-Mate, weil er lange dauert. Herr Irfan meint, es hat so gepasst, wie es war. Jaja, wir haben schon geändert wieder. Wurde angenommen. Oh, muss ich wissen, warte mal... Ah, warum machst du nicht mit? Habe ich den Bracket nicht mehr auf? Achso, hier. Sie hat 2-0 gewonnen. Ich war... Gegen, äh... Es tut mir so leid. Ich durfte nicht. Ich durfte nicht. Achso. Ich stand beim Arcadian. Nein! Und ihr spielt... Ich will meinen Kopf nicht zerbrechen. Wie ihr gerade so. Ja, wer könnte denn jetzt gewinnen? Nullesuppe ist halt mega-Whiskey ein bisschen, aber... Ich glaube mit Lagrabs hätte der Like hier. Und wenn es kommt... Keine Ahnung. Dann hat er einen guten Spray gefordert. Okay. Äh, was war... Wo waren wir gerade? Achso, ich... Ich wollte mich gewinnen. Ich hab Geld auf dem Tisch. Ja... Also, don't pressure. Haki hat Alex. Er hat, äh... Zillit und Strawstream. Dann hab ich Pups. Haki hat Redka. Äh... Haki hat Laiki. Ich hab Profis. Kevin hat Prozett. Äh... Er hat Tasty. Ich hab noch Muse von Kevin hat Videos. Tasty. Team O-Fish. 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 Wieso ist Hero nicht? So weit gekommen. Team Hero, ein Amateur? Weiß nicht. Wahrscheinlich. Dieser Pro, Alter. O-B ist auch... Du warst, O-B ist auch Amateur? Ja, richtig traurig. Ich hätte den Third verloren. Washed up boys. Third ist halt... Third. 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 Wow. Axel Sulfam ist... Axel Sulfam Alarm. Syltra geführt. Nice. Herr, wer ist Axel Sulfam? Er hat den besten... Nein, den schlechtesten Namen in Smash. Das ist ne... Es gibt so ne... Axel Sulfam. Wegen Bartow. Und... Warte, warum wegen Bartow? Ich find die Namen halt so schlecht, aber so lustig schlecht. Ich hab's noch halt. Was hat... Warte, ich glaub ich... Axel Sulfam Alarm. Wegen Bartow ist voll schlechte Namen. Warum? Was soll das heißen? Er heißt... Alu ist von Wegen Bartow. Ja. Warum dann das O am Ende? Das ist sein Name? Nein, das heißt eigentlich Maxi. Ach so. Siehst du? Ja. Ich weiß nicht, wie man sich fremdlich Alois nennen kann als Spitzname. Und warum heißt der Wegen Bartow? Er heißt... Er heißt Maxi. Also er heißt Maximilian eigentlich. Warum? Ich hab noch nie jemanden Alois Maxi nennen. Das ist dumm. Ich find das auch so schön. Ich dachte aber Maxi aus Bayern ist Frozen Life. Wenn Kurt... Wenn Kevin... Oh, aber ich hab was geklappt. Falkenpaul. Oh, er reagiert. Guck mal. Guck mal. Da ist jemand... Ist das wegen Bartow? Ach so. Das ist der Typ von der Moschee. Ach so. Der verteilt ein bisschen Freier oder so. Let's go Kevin. Einen Grapper ist tot. Einen Grapper ist tot. Und... OHHH! Das war 2. Ist okay? Ne, der täglich.. Schütz ich hier nur, an... Schütz! Kaki! Oh! Ehe? Eins, einfach an! Ja mein Adam! Wo hab ich jetzt schon eins gesetzt? Der wird jetzt nur einhaken. Geil. Schade, schade. Can't read. Can't read.